Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CSGOverwatch. Wir sind schon bei der 20. Folge, so gesehen eine Jubiläumsfolge, wenn man das so sehen darf, in der 10. Folge. Und wir spielen auf Mirage. Endlich mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Mirage haben hier. Erstmal die Maus aus dem Bild und ja, ich bin's halt. Erzie, wie man einmal eine gute Stimme hört. Und er müsste die Palace eigentlich hören, aber push die Smoke durch. Okay, da wartet er ab. So. Der gute Mann, at. Ist da da umgegangen. Er hat genau gepusht, als der andere halt nicht ihn sehen konnte. Gut, der weiß natürlich, dass er da steht. Alter, die Reaktion. Und anhand der Reaktion würde ich jetzt sagen, wir spielen so Sonntagmorgen so 4 Uhr, nachdem der Typ einfach 5 Logs schon Interest hatte. Innerhalb von 10 Minuten. So. Er geht jetzt Richtung Mitte. Er hat sich einen M4 gegönnt. Wir sind übrigens in Runde 18 inzwischen. Und unser Suspect hat 25.14. Und unser Matchspiel mit dem Bot. So. Der war direkt drauf. Haben wir leider nicht genau gesehen, weil ich mit der Sekunde halt im Tabmenü warte. Tut mir leid. So. Ja, die T's haben den Fernseher ausgemacht. Das ist immer, das erhöht die Windchance schon mal um 10%, wenn man den Fernseher ausmacht. Ich nehme noch zwei T's. Drei T's sind auf B drauf. Ein T steht short, wenn ich das richtig sehe. Jetzt kommt einer zum K. Ah, da guckt er direkt ihn ab. Jetzt weiß er, dass er da steht. Also hier war alles serious. Bis jetzt war meiner Meinung nach alles serious sehen. In der Mitte konnte man halt auch hören. Er war halt direkt drauf. Passiert halt gut und gerne mal. Hat jetzt nicht nur eine... Ja, geht darum. In der Mitte pushen wir nur eine 5-7. Nach 30 AP. Jetzt geht's rund. Jetzt haben alle gekauft. Der Banjo hätte ihm eigentlich droppen können. Also so eine Farmers spiele ich hier inzwischen auch häufiger. So. Da, sobald ich hier sage, der Flash. Die Flash ist eigentlich nur nötig. Oh, die war geil. Die Flash war eigentlich nur nötig, wenn er an der Short steht. Aber es steht keiner short. So, da spät er durch. Ah, okay. Jetzt weiß er, der geht da jungle bzw. Fenster. Also könnte ihn absenken, aber es ist schon zu spät. Der ist schon durch. Ich glaube tatsächlich... Oh, den Short. Ach, der ist schon gar nicht short. Er hat mich die Map ein wenig verwehrt. Ich glaube tatsächlich, dass unser Mate hier überhaupt gar nicht, also zumindest, keinen Wallhack anhat. Und er spielt zumindest bis jetzt so, dass er es halt versucht zu verschleiern. Jetzt haben wir mal die AWP. Wenn er wieder am Fenster gehen, dann geht er wieder ins Fenster. Kommt. Ja, er geht Fenster. Aber keiner guckt mit. So, ein T im Haus bei B, anderen vier, beziehungsweise einer Palace, zwei T-Treppe. So, er guckt sich halt B an, hört jetzt den Call an, ist klar, es scheint A zu sein. Call ist halt da, einer steht Underpass, den hat er jetzt gesehen. Er hat mal schnell drauf geflickt, ey. Da, den Underpass hat er eigentlich auch gesehen. Jetzt hat er ihn auf jeden Fall gesehen. Trifft er nicht. Könnte ich sein, ey. Typ steht fast still, kommt ins Fallen, kann sogar noch reingelaufen. Läuft er gerade auch statt links und rechts und man trifft nicht. Könnte ja echt nicht sein. So. Zwei T-Treppe ist noch im Leben. Oh, den? Nein, der defused. Was war... Ja, die Runde ist verloren. Ich glaube, wir sehen hier einfach nur einen Spieler mit guten Stats und nicht jemand, der halt einfach anhat. Der wurde wahrscheinlich aus Madness mit anderen heraus reported. Wobei der Vortex auch 28-13 hat. Also komm. Den anderen nehme ich auch wieder gehört. Wenn man halt steppt in dem Moment, wo er halt schon da steht, dann ist das halt einfach so. Das Spielt halt einfach, dann sieht den die Karten. Und wenn die Leute dann halt ein bisschen Aim haben, dann reicht das halt aus, den Kill zu holen. Auch wenn er da ein bisschen länger gebraucht hat. So, wieder drei gegen drei. Alle drei T-Tes auf dem Spot. Er gibt da Fenster durch, Richtung Short. Keiner Trick, er hier sollte ich mir merken. Er steht direkt auf dem Spot auf der Kiste drauf. Den hat er schön geholt. Haus ist jetzt angesagt, weiß er auch. Der war komisch. Aber vielleicht doch hier ein bisschen den... Der Kill war echt komisch. Ich würde mir das Ding echt gerne jetzt nochmal ansehen. Das Problem ist, ich habe Angst, dass die Overwatch... Also, dass das Overwatch einfach so rumspackt, weil man bei diesem Tool ja auch nicht richtig zurücksprungen kann. So, jetzt hat er den gesehen. Er läuft ja mit einem Messer und er geht down. Aber er hat sich gleich den Bot gesnackt, der einfach nur Pelle steht. Mitten in Pelle ist er einfach gar nichts mehr. So, Bomb ist down. Am Car. Den hat er jetzt gehört. So, ein ganz normaler Kill hier an der Stelle ist halt die Autoschrotze. Hat halt sieben Schuss. Braucht zwischen zwei und drei, um jemanden zu killen. Und wenn du halt so close vor ihm stehst, dann kannst du ihn fast nur treffen. Weil man ja Tee sich halt nicht nach links und rechts bewegt, sondern wieder einfach nur an der Stelle fast steht. Schöner Kill hier von dem Frog. Jetzt wird durchbanger durchgebankt. Und da gehen die CTs down. Die Smoke. Erstmal, dass er jetzt A geht. Kurzum rutschen die durch. Ah. Hat er gehört? Jetzt wird er beide jetzt. Hat er jetzt drei Hedgehog Kills gemacht. Auch wenn es alles im Spray war. Ja. Okay, das war eindeutig. Er war schon links vorbei. Ne, wir haben hier kein Junge, der C2 spielt, sondern mal gerne einfach mal die Taste drückt. Wenn er unbedingt den Kill haben möchte, hat er nämlich gerade einen Ace gemacht mit fünf Headshots. Es waren eigentlich alle Kills relativ... Sie waren machbar in dem Sinne. Aber der letzte Kill war eindeutig... Da wurde die Taste gedrückt. Denn der Tee war schon, so gesehen, fast wie der Pell ist drin. Das Fangkreuz war... Zwei Köpfe eigentlich weiter rechts. Und der drückt einmal ab und gibt den Headshot. Ja gut. Dann haben wir hier unseren Beweis. Und dann ist die Runde auch schon vorbei. Wir haben hier keine Sichthilfe gehabt, meiner Meinung nach. Aber wir haben hier eindeutig eine Zielhilfe gehabt. Und ähm... Gut. Ich würde sagen, wie immer, wenn ihr das Video gefallen habt, lasst gerne einen Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das anders gesehen habt. Bis zum nächsten Mal.